Nachdem wir uns im ersten Teil mit den Grundlagen des betrieblichen Flottenmanagement beschäftigt haben, möchte ich nun etwas weitergehen und das Mobilitätsmanagement als umfassenden Ansatz vorstellen. Das traditionelle betriebliche Flottenmanagement befindet sich heute im Wandel hin zu einem gesamtheitlichen Mobilitätsmanagement. Dies betrifft sowohl die Personenmobilität als auch Gütertransporte und Logistik. Ein gesamtheitliches Mobilitätsmanagement geht dabei deutlich über die Aufgaben des traditionellen Fuhrparkmanagements hinaus. Der direkte Bezug von Dienstfahrt und Fahrzeug löst sich zunehmend auf. Ziel ist es, für jede Transportaufgabe eine optimale Lösung zur Verfügung zu stellen, unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, zum Beispiel Transportbedarf, Fahrttauer, Kosten und CO2-Ausstoß. Entwicklungstrends im Mobilitätsmanagement sind zum Beispiel das Corporate Carsharing. Darunter versteht man die gemeinschaftlich organisierte Nutzung von Fahrzeugen. Oder das multimodale Reisen, wo verschiedene Verkehrsmittel im Zuge einer Dienstreise genutzt werden. Heute gibt es bereits einige Smartphone-Apps zur Unterstützung der Reiseplanung, während der Reise und bei Abrechnungen. Ein bekanntes Stichwort in Bezug auf neue Geschäftsmodelle in der Mobilität ist MAAS, Mobility as a Service. Mobility as a Service stellt Mobilität als gesamtheitliche Dienstleistung zur Verfügung, oftmals in Form einer Kombination verschiedener Transportmittel. Das Management läuft über eine serverbasierte Struktur, in welche die Nutzer über Smartphone-Apps eingebunden sind. Im Idealfall soll MAAS komfortabler, kostengünstiger und umweltschonender als die Nutzung von PKW sein. Dieses Ziel wird in der Praxis allerdings oft noch nicht erreicht. Die Idee hinter MAAS liegt in einer Verbesserung der Transporteffizienz durch gezielte Nutzung der jeweils optimalen Transportlösung. Durch die Integration verschiedener Systeme öffnen sich neue Geschäftsmodelle für Flottenanbieter, Infrastrukturprovider und Servicedienstleister. Die Herausforderungen liegen in der Bereitstellung einer breiten Angebotspalette, welche auch tatsächlich mit dem Privat-PKW konkurrieren kann. Die Erfahrungen zeigten, dass dies umso besser geht, je besser die bereits vorhandene öffentliche Infrastruktur in einer urbanen Region funktioniert. Autonome Fahrzeuge kommen in der Logistik und Produktion bereits seit einigen Jahren zum Einsatz, allerdings nur in abgegrenzten innerbetrieblichen Bereichen. Am Einsatz dieser Technologie auf öffentlichen Straßen wird intensiv gearbeitet. Sehr erfolgreiche Feldversuche laufen bereits in den USA z.B. bei Waymo oder Suks, in China z.B. Pony AI und Auto X und mittlerweile auch in Europa, z.B. von Mercedes-Benz und Volkswagen. Trotz beachtlicher Entwicklungsschritte in den letzten Jahren konnten die großen Erwartungen noch nicht erfüllt werden. Falls es soweit sein sollte und autonome Fahrzeuge im großen Stil eingesetzt werden können, wird dies ein Game-Changer sein, der unser Nutzerverhalten in der Mobilität wesentlich beeinflusst. Das Diagramm in Anlehnung an die sogenannte Ansoff-Matrix zeigt die Marktpotenziale von autonomen Fahrzeugen. Die neuen Technologien können in traditionellen Anwendungen, also bestehenden Märkten, als auch als geteilte, autonome Fahrzeuge eingesetzt werden. Dies birgt allerdings großes Risiko, sowohl in der technischen als auch in der wirtschaftlichen Dimension. Auf der nächsten Folie sehen Sie einige Beispiele autonomer Fahrzeuge. Dies sind Fahrzeuge, welche auf öffentlichen Straßen in sogenannten Testflotten erprobt und weiterentwickelt werden. Das SUGS Robotaxi ist für Personentransport in Städten gedacht. Der Navia Minibus wurde über die Dauer von zwei Jahren in der Seestadt Wien-Aspan getestet. Nuro Delivery wird in Kalifornien zur Zustellung von Waren, zum Beispiel Lebensmittel, an Privathaushalte eingesetzt. Und das Google Spin-Off Waymo entwickelt autonomen Personen- und Gütertransport seit über zehn Jahren. Hier sehen wir ein Beispiel von Waymo Via für den Transport von großen Gütermengen über längere Stricken. Ich möchte meinen Vortrag mit drei Maßnahmenblöcken abschließen, welche Ihr Unternehmen auf dem Weg zum klimaneutralen betrieblichen Mobilitätsmanagement unterstützen können. Erstens die Attraktivierung von alternativen Transportmitteln. Wichtig ist hierbei eine Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger, zum Beispiel durch die Einrichtung kurzer Gehdistanzen oder die Schaffung von Gehwegen. Der Umstieg vom PKW auf das Fahrrad soll attraktiv gestaltet sein, zum Beispiel durch Bereitstellung von Gratisfahrrädern, Abstellplätzen an strategisch günstigen Positionen im Unternehmen oder auch Umkleiden für Kolleginnen und Kollegen, welche mit dem Fahrrad von zu Hause anreisen möchten. Besonders in urbanen Gebieten ist die Einbindung des öffentlichen Verkehrs wichtig. Zweites Ziel ist eine Reduktion der PKW-Dichte in der Betriebsflotte. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der betriebliche Bedarf an Einzel-Pkw-Fahrten gesenkt werden, zum Beispiel durch das Fördern von Fahrgemeinschaften. Einen wesentlichen Beitrag kann die Optimierung der PKW-Flotte liefern, zum Beispiel mit Hilfe gemischter Fuhrparks. Der Umstieg auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge hat großes Potenzial, muss aber gut geplant und mit den Transportbedarfen abgestimmt werden. Hierbei ist es wichtig, nicht nur auf die neue Fahrzeugflotte, sondern auch auf die benötigte Ladeinfrastruktur zu achten. Schließlich sind begleitende Maßnahmen vorzusehen, damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Transformationsprozess auch aktiv mitgehen. Neben der Ernennung von Mobilitätsbeauftragten im Unternehmen ist es wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Entscheidungen und in die Maßnahmen einzubeziehen. Im laufenden Betrieb sollte eine Mobilitätsberatung eingerichtet werden, welche bei der Auswahl der Mobilitätsangebote unterstützt. Die folgenden Fragestellungen sollen Sie dabei unterstützen, die betriebliche Mobilität in Ihrem Unternehmen zu analysieren und Ideen für eine Reduktion der Treibhausgasemissionen zu entwickeln. Auf Folie 8 haben wir für Sie Literaturhinweise für ein vertiefendes Selbststudium vorbereitet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.